Da startet die nächste Folge auch schon gleich los. OZ Wünscht ihr etwas von mir? Äh, ja. Cool. Die Kobolde führen etwas im Schilde. Aha. Okay. In der Kabara-Mine ist ein riesiger Kessel. Die Kobolde bewachen ihn Tag und Nacht. Dort raffinieren sie sicher das Odium. Das Opium. Ich werde das mit mir natürlich... Äh, wo war das nochmal? Ne, Quatsch. Ähm, sonst machen wir nichts, ne? Wir tun uns natürlich an den Ovalisten hier binden. Damit wir, falls wir sterben, hier wieder spawnen. Und ich würde sagen, wir gehen direkt noch mal los. Und starten dann die Scheiße hier. Ich weiß, es ist noch nicht. Vielleicht noch zu lief bei Oli. Naja, wenn ich warte, der nicht gewinnt. Wo haben die denn den Scheißkästen nochmal? So, das ist schon mal... Doch, ich weiß, dass er mit der... Pass, 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 Pass. Ja, du... Zack, Zack. Sonst scheinen sie doch noch zu niedrig, glaube ich. Müssen wir den umbringen? Nein, das hat er doch viel danken. Wiederholen sich so an. Oh, wir haben eine neue Attacke. Oh, wir haben eine neue Attacke. Die möchte ich doch direkt mal ausprobieren. Und go. Oh, da fliegt uns ja das jetzt kurz. BAM! Oh, da fliegt uns ja das jetzt kurz. Die sind cool, die sind cool. Danke, Leute. Die Mobs ziehen alle Arc auf. Also das heißt, wenn du wegleifst und äh... Da sind doch ganz viele andere. Wirst du normalerweise... ...einen Haufen hinter dir dann haben. ... ... ... ... ... ... ihr seid ich hoffe der addet jetzt den anderen nicht das klappt doch ganz gut ich hab die Segel viel schwerer ja wegen dem hier, wenn ich das schwere erinnere dieses ziel könnt ihr jetzt nicht angreifen einer fehlt uns noch und dann lieber ihn ja, das war ein Fehler oh shit ach, ist das die Kessel? ich weiß es nicht wo ist das die Kessel? ähh und ja und zack, so kann man natürlich alles leicht finden. Da ist auch direkt auf der Quest angezeigt, äh auf der Merk, genau. Und dass es da oben ist. Das ist kein gültiges Ziel. Man muss sich natürlich gegenseitig halten. Da ist der Kugelkett. Euer Ziel ist verschwunden. Das ist dann auch noch klarer. Wart's alle. So wie er ist. Hombre! Wie er kann das dann? Auch? Da fliegt auch schon jemand. Welch? Ne. Level 11 ist der, oder? Oh, das hier ist eine Option 52 und 10. Also, das hier ist eine Option 52 und 10. Entweder zwei, ich glaub, entweder zwei, also Dual Waffen, oder so ein Kampfanzug mit einer extrem heftigen Armwaffe, die alles weghaut wahrscheinlich. Das weiß rein hier auf dem Baum ist. Ja. Ja. Wir werden das alles aber noch sehen. Wir sind hier beim Pernus. Ich grüße euch. Ich granzelbarglige Kerl. Hier soll eine Weiche laufen. Okay, okay, okay. Drei Tagsvogel. Uh, ich muss das Wort auch erstmal hinkriegen nicht. Das ist das falsche Ziel. Oh, der hier regt sich wahrscheinlich schon kurz. Also das hier ist wirklich Aion, also hier richtiges RPG. Man hilft sich gegenseitig und alles. Ich denke ich mal, wir brauchen noch eine Windspur. Windspur. So, wir hätten dann die drei voll und wir gehen dann wieder zurück. Damit wir natürlich etwas abgehen können. Kann man hier während dem Bauch nicht? Okay, das ist geil. Das stelle ich mir vor dir richtig geil vor. Ich weiß nicht, soll ich überdoppeln oder sowas? Das kommt doch. Ich weiß ja nicht. Ich grüße euch. Na ja, wir werden es mit Kapitel 10 sehen. Wir müssen natürlich wieder zurücklaufen. Watschen, watschen, watschen. Watschen, watschen. Watschen, watschen. Diese Ruhe gefällt mir nicht. Ich wünsche dir etwas von mir. Ich würde hier mal einen Cut reinhauen und in der nächsten Folge geht es weiter. Bis gleich.